So, willkommen zu einer neuen Folge Max Out Monday auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist jetzt gerade Samstag. Ich muss leider ein paar Videos vorproduzieren für die Woche, wo ich nicht da bin, weil ich am Sonntag bis Samstag weg bin. Und deswegen wollte ich jetzt am Samstag noch schnell was aufnehmen, bevor ich Sonntag gehe. Normalerweise nehme ich die Max Out Monday Folgen immer am Montag auf, dass sie brandaktuell sind und ich mehr Zeit habe, Vorschläge zu machen. Diesmal muss es aber so gehen. Was ist das? Wir tun das weg und das passt. Ich möchte wieder einen Titel-Pokémon bestimmen und dann schauen wir wieder auf eure Vorschläge, die ihr gemacht habt unter dem letzten Video. Und wenn ich ein 100% habe, plus genügend XL von dem Pokémon, was ihr vorgeschlagen habt, können wir das maxen. Ich möchte jetzt... Ich hatte so viel Auswahl. Es war der Zickzacks, geiler Zickzacks Community Day. Man hätte einen 100er Barrikadax auf 50 ziehen können. Das wäre heute passend gewesen, wenn das Video am Montag kommt. Man hätte einen Genesekt 100% auf Level 50 ziehen können, weil ich in der Raid Mania eins bekommen habe. Ich möchte aber passend zum Käfer-Event was anderes machen. Und zwar möchte ich D-O-N. Und schon habe ich mich verschrieben. Ich möchte Donarion auf Level 50 ziehen, weil das das Pokémon ist, was ihr aus Akub entwickeln könnt, wenn ihr an einem Magnetmodul steht. Das ist auf jeden Fall ganz frisch und neu reingekommen als Pokémon. Und ihr konntet das sammeln. Ihr konntet XL-Bomboms sammeln. Ihr konntet da was entwickeln. An einem Magnetmodul kriegt ihr also die letzte Stufe hier. Und das möchte ich jetzt als erstes Pokémon für die Titelfolge pushen auf Level 50 mit 3524. Ich weiß nicht, ob das Ding was kann, ob das nützlich ist. 3524, Käfer und Elektro. Da wisst ihr vielleicht mehr. Ich kenne mich nicht aus. Ich mache einfach hier einen Level 50-Takt dran und dann bin ich damit fertig. So, das ist mein Titel-Pokémon. Donarion. Ich muss immer noch Kyokre-Maxen, Groudon-Maxen, Mewtwo, Rüstungs-Mewtwo-Maxen, jetzt noch Genesekt-Maxen. Das sind vier Dinge, die in den Titel müssen. Da ist kein Platz, wenn du ein Donarion hast. Jetzt kommen wir mal zu euren Vorschlägen. Das sind nur 25 Kommentare. Mal gucken, ob wir da was finden oder was hier los ist. Ich gehe schnell mal hin. Da ist der Henry Herford. Mein Vorschlag für die kommende Woche, die Dänne. Schön, dass es wieder da ist, das Max Out Monday. Jetzt gucken wir mal nach die Dänne. Dafür muss ich natürlich erstmal hier vier Sternchen. Und, das ist so kompliziert wieder, und die Dänne, so. Die Dänne. Hm. Haben wir zwar einen Hunderter, aber wir haben keine XL-Bonbons. Insta-Bowl. Ich schlage Muschas nochmal vor. Hat ja leider vor ein paar Wochen nicht geklappt. Muschas hat nicht geklappt, aber wir haben doch Austos bestimmt gehabt, oder? Austos? Nö. Und? Fehlt jetzt auch nicht, weil wir haben immer noch keine XL. Ah, deswegen hat das nicht geklappt. Christina Bonzak. Wow, kannst nicht fassen, dass du so viel 50 Pogis hast. Mein Vorschlag ist als Vorbild für deine Regel ein Stami. Stami. Stami, Stami, Stami. Da wird nicht Sterndur, sondern Stami geschrieben. Und wir gucken direkt rein. Boom. Und wir sehen, wir haben keine XL. Und jetzt denken die Leute, was für ein dreckiges Format. Der kann ja eh nichts machen. Warum sollen wir Vorschläge machen? Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch Torte FN. Meine Vorschläge für kommende Woche. Stolos, Noctub, Siagon und Skilabra. Wenn wir einen finden davon, der passt, dann hören wir auf mit ihm und gehen zum nächsten. Wir haben zuerst Stolos. Stolos müsste schon eigentlich auf, oder? Stolos ist, glaube ich, auch eins von den Pokémon, die man relativ schnell auf Level 50 kriegen kann. Weil, weiß ich auch nicht. Ist halt einfach so. Stolos, hier, 3391. Sieht gut aus. Da kann ruhig die Mega-Entwicklung kommen. Noctu, Siagon, Noctu. Als ob wir noch keinen Noctu gepusht hätten. Noctu? Haben wir auch schon gepusht auf 2288. Psiagon? Habe ich keinen Hunderter. Weil das ja vom Psi-Yau, das gibt es ja nur aus einem Ei. Oder damals auch aus Raids. Also, da einen Hunderter zu kommen, ist natürlich schwer. Und wir haben noch Skilabra. Und Skilabra habe ich dürfte ich aber auch. Hier, Skilabra ist Level 50. Auch Best Buddy. Leider nix. Hat es jetzt überhaupt? Gab es schon irgendeins, was geklappt hat? Nein, noch nicht. So, deswegen, Sondengänger. Du kannst dich ja mal auf Level 50 hochziehen. Max out Ramses. Grüße. Das geht auch nicht. Obwohl, geben wir mal Ramses ein. Vier Sterne und Ramses. Oh, guck mal, aber ist leider schon. Das ist ein Ramondon. Henry Conle. Flunschlik wäre cool. Welches habe ich denn? Flunschlik. Wie viel habe ich überhaupt? Flu. Flunschlik. Ich habe nur das und das ist schon auf 100% mit 2445. Anderes Hunderter habe ich leider nicht. Balou. Blubella oder Schlaraffel oder Mantax. Blu. Blubella. Würde funktionieren. Zack. Blubella ist das erste von euren Vorschlägen. Wir brauchen noch vier weitere. Blubella Level 50. Das heißt, Balou, du kannst gerne deine anderen Vorschläge nochmal machen. Oder wenn wir zu wenig Vorschläge diese Sendung haben, müsste ich auf die anderen nochmal eingehen und nach Schlaraffel und Mantax suchen. Speedstar. Mein Vorschlag wäre Porygon Z. Gucken wir da auch mal rein. Porygon Z. Würde auch funktionieren. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Porygon Z auf 3693. Miet Solarstrahl. Das ist also das zweite von euch. Fehlen noch drei. Sehr cool. Grüße an Speedstar. Mein Vorschlag ist Hisui Elektroball. Aber wir haben ja schon eins von ihm gehabt, was gepasst hat. Also schnell weiter. Moin. Könntest du vielleicht ein Swarones mexen? Lykrix. Gucken wir mal nach Swarones. Swarones ist hier. Würde. Oh mein Gott. 480.000 Staub. Würde funktionieren. Und guckt euch die WP an. 2.361. Das schmeckt aber nicht. Ein Swarones gemaxed auf 2361. Das ist der dritte Vorschlag von euch. Noch zwei übrig. Mist. Ich wollte wieder Minun vorschlagen. Hier nur mein Vorschlag. Wenn es geht. Max mal ein Grönk. Die Schenaya Grönk. Grönk haben wir hier hinten. Funktioniert auch. Das Schwein was tanzt. 2.679. 4.79 dazu. Das ist Grönk. Machen wir auch den Level 50 Tag dran. Und er tanzt weiter. Ein richtiger Tanzbär. Yeah. Da hat aber einer gute Laune. Und einen kriegen wir noch. Einen brauchen wir noch. Mein Vorschlag wäre Hytera. Oder einer der Gallervögel. Wenn du zur nächsten Folge eines gefangen haben solltest. Das ist natürlich schlau. Deswegen habe ich gesagt. Und woher nehme ich die XL? Ich war doch den ganzen Monat weg. Als man die XL sammeln konnte. Und gleichzeitig. Als ob ich wenn ich so einen Vogel fange. Einen Hunderter kriege. Also so viel Glück habe ich wahrscheinlich nicht. Also Hunderter muss schon sein. Und die XL müssen passen. Er hat aber Hytera vorgeschlagen. Der gute Dabi. Hytera ist aber schon auf 50. Und heißt Bohnensack. Weiter geht es hier. Nick. Danke für den Tengulist Max Out. Heute sind Parfinesse trifft Zeppli und Skumtank. Meine Vorschläge. Parfinesse. Parfinesse. Parfinesse ist hier. Alter. Auf. 2647. Auch mit Best Buddy Batch. Den muss man ja auch als Buddy nehmen. Und Aufgaben mit dem machen. Damit man den überhaupt entwickeln kann. Und wenn ich mal einen angefangen habe. Da versuche ich die auch immer zum Ende zu ziehen. Weil ich das nicht möchte. Dass die angefangen sind. Und dann das ausbleibt. Hat also super funktioniert. Wir haben wieder sechs Pokémon gemaxed. Ein Titel Pokémon von mir. Fünf von euch aus der Community. Sind wieder welche dazugekommen. Grüße trotzdem auch noch hier an Jay Butter. Ach so. Ja. Hier. Da war noch Kritik zu sehen. Ich empfinde es schade. Dass immer die gemaxed werden. Die als erstes genannt werden. Wenn man es beruflich vorher nicht schafft zu kommentieren. Kommt man ja nie dran. Mein Vorschlag. Wieder Pandimos. Aber bin eh wieder zu spät. Aber guck mal. Der nächste wäre deiner gewesen. Deswegen. Wäre es ja eigentlich sinnvoll. Dass jeder. Wenn er einen Kommentar abgibt. Nur einen Vorschlag macht. Aber gut. Dann würden die halt. Einen Kommentar machen. Und noch einen Kommentar. Und noch einen Kommentar. Und noch einen Kommentar. Dann würden die nicht sechs Pokémon in eins schreiben. Sondern sechs hintereinander. Sehe es wahrscheinlich auch so aus. Ich weiß nicht. Wie man das sonst anders umsetzen soll. Ich fand es halt gut. Dass die ersten gemacht werden. Weil wenn ich von den letzten anfange. Dann traut sich ja keiner mehr als erstes zu kommentieren. Und der erste der kommentiert. Heißt ja nicht. Dass das klappt. Es hat ja jetzt auch etliche gedauert. Bis wir wirklich eins gefunden haben. Was noch nicht ist. Eigentlich wird der belohnt. Der aufmerksam die Max Out Money Folgen verfolgt. Und genau die Übersicht hat. Das hat er letzte Woche schon gemacht. Das auch. Das habe ich noch nie gesehen. Das schlage ich mal vor. Und dann gehört immer noch ein bisschen Glück dazu. Anders geht es leider nicht. Grüße noch an Speed Lion. Grüße an Laurin Zobler. Grüße an den Benjamin Engel. An Chrissy Knopf. Grüße an Ellen Gramann. Grüße an Pognu. Denn wenn jetzt Vorschläge noch dabei waren von euch, die jetzt hier nicht berücksichtigt wurden und nicht dran kamen, weil die zu spät waren, dann schreibt sie eben nochmal unter dieses Video. Mal gucken. Vielleicht schlägt da sogar einer hunderter Barrikadaks vor. Weil jetzt viele den C-Day dann noch... Ja, am Montag kommt das genau. Weil viele den C-Day vom Wochenende noch gesehen haben. Vielleicht sagen die auch im Ex-Mal-Barrikadaks. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Hu. Hu. Hu.